Willkommen zu einem weiteren InnovaPhone MyApps Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit der Phone-App sowie der Softphone-App makeln können, das heißt zwischen zwei Rufen hin und her springen können, beziehungsweise Rücksprache halten können, ohne den aktuellen Ruf zu beenden. Sie haben einen bereits verbundenen Ruf und kündigen an, dass Sie eine Rücksprache halten müssen. Dann drücken Sie den Plus-Weiteren-Anruf-Starten-Button und können über das Eingabefeld ein Ziel suchen oder direkt die Rufnummer eingeben. Mit dem grünen Hörersymbol starten Sie dann den Anruf. Oder, wenn gewünscht, kann auch direkt ein Favorit oder eines der letzten Ziele aus dem Verlauf angeklickt werden. Nun ist Ihr erster Ruf auf Hold gesetzt. Das heißt, dieser Ruf wird gehalten und dem Kontakt wird Musik eingespielt. Sobald der Rückfrageruf verbunden ist und man sich besprochen hat, können Sie auch wieder zum ersten Gesprächspartner wechseln. Dazu klicken Sie beim ersten Ruf auf den blau hinterlegten Halten-Button. Dabei wird der Rückfrageruf gehalten und der erste Ruf wieder aktiviert. Sie können beliebig oft zwischen den beiden Rufen hin und her springen, also makeln. Immer durch Aktivieren des gerade gehaltenen Rufs. Um den Rückfrageruf zu beenden, klicken Sie einfach auf den Auflege-Button. Dann sind Sie nur noch mit dem ersten Ruf verbunden. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber ausprobieren. – Untertitelung des ZDF, 2020